freut mich immer wieder freut dich immer wieder wir machen jetzt noch mal eine super dubi testaufnahme fortfahren also los geht's the witcher 3 wir hören feuer knistern knister knistern jetzt rennen wir die andere richtung ist viel kürzer aus dem weg von wegen ist kürzer ach angeschissen hier lang so ihre und heimatland ach jetzt weiß ich was ich wollte ich wollte mal versuchen ich hab doch irgendwas mit hdmi umgestellt während der aufnahme bitte zu beachten während der aufnahme kann man die options die menü dinge dingsbums nicht mehr einstellen nur so als hinweis unter wasser blub blub glucker glucker zisch schmeckt fanatisch frisch was denn hier los äh da spion kennst du uns noch nach gierig und gieriger habt ihr den wodka inzwischen getrunken der offizier hat uns die latrinen putzen lassen deine schuld das sollst du büßen gebt auf die fresse wenn ihr wollt kommt ja ich wusste gleich dass ich nicht kommen kommen würde euch die ärsche aufzureißen auf ihn die knackarm ab so schnell kann es gehen so meine kohle moderatoren die mütze hier macht mal richtig ja jetzt bin ich am arsch nächste woche höre ich das noch könnt ihr einen drauf lassen du hast ja den arsch versorgen lassen von zwei so einen pappennasen mit helmen ja selbst wenn wir am ficken sind sagt die doch so eine kohle ok so selbst wenn ich hier an meiner fluppe reibe ja diese knistern ob du sonst nicht hörst höre ich dir den kopfhörer in der spüren in der spüren ok also jetzt mal ehrlich ich habe heute das gefühl dass ich nicht eine sekunde video ins netz kriege was meint ihr so da machen wir doch mal einen quiz raus kriegt der Olli heute hier noch ein video ins netz oder nicht ne hier poppi pop popse filter pop lassen wir mal hier vor ort ich glaube nicht so aufnahme beendet und zwar jetzt